Viele starten ihren Tag fast automatisch mit einer heißen Tasse Kaffee. Dieses Ritual ist so tief verwurzelt, dass kaum jemand es hinterfragt. Kaffee weckt uns auf, liefert Energie und gibt uns das Gefühl, bereit für die Herausforderungen des Tages zu sein. Aber was wäre, wenn diese vertraute Gewohnheit gar nicht so vorteilhaft ist, wie wir denken? Stell dir vor, es gäbe eine Alternative, die nicht nur deinen Geist in Schwung bringt, sondern auch deinen Körper stärkt und langfristig gesünder macht. Genau diese Eigenschaften vereint die ungewöhnliche, aber äußerst wirksame Kombination aus Knoblauch und Honig. Der Gedanke, den Tag mit einer Portion Knoblauch und Honig zu beginnen, klingt erstmal gewöhnungsbedürftig. Zugegeben, Knoblauch am Morgen mag nicht gerade der Traum vieler Menschen sein. Aber lass dich nicht von Vorurteilen abschrecken, Denn was anfangs seltsam erscheint, könnte deine Gesundheit revolutionieren. Während Kaffee dir kurzfristig Energie verschafft, diese jedoch oft schnell verpufft, bieten Knoblauch und Honig eine sanfte, langanhaltende Energiequelle, die den ganzen Tag über anhält. Keine nervöse Unruhe, kein Energiecrash, einfach konstante, stabile Wachheit. Knoblauch ist ein altbewährtes Naturheilmittel, das seit Jahrtausenden für seine gesundheitlichen Vorteile geschätzt wird. Seine wichtigste Substanz, Allicin, ist ein echtes Allround-Talent, antibakteriell, antiviral und entzündungshemmend. Knoblauch wirkt reinigend auf die Arterien, stärkt dein Immunsystem und hilft deinem Körper, Infektionen abzuwehren. Honig wiederum ist ein natürlicher Energiespender, der reich an Antioxidantien ist. Er unterstützt die Zellerneuerung, verbessert die Verdauung und liefert gleichmäßige Energie, ohne deinen Blutzucker Achterbahn fahren zu lassen. Schon nach wenigen Tagen kannst du die ersten positiven Effekte spüren. Der Geschmack mag zunächst intensiv sein, aber dein Gaumen gewöhnt sich schnell daran, versprochen. Während du dich von den gewohnten Höhen und Tiefen des Cafés verabschiedest, wirst du merken, wie sich deine Energie ausgleicht. Statt eines kurzen Schubs fühlst du dich durchgehend konzentrierter und ruhiger. Dein Körper scheint in einem harmonischen Einklang zu sein und die nervöse Unruhe, die Kaffee oft mit sich bringt, ist wie weggeblasen. Nach ein paar Wochen beginnen sich die Vorteile noch deutlicher zu zeigen. Besonders die Verdauung profitiert spürbar. Knoblauch und Honig wirken wie ein natürliches Detox-Programm für deinen Magen-Darm-Trakt. Völlegefühl, Blähungen und andere lästige Beschwerden reduzieren sich, während deine Darmflora sich erholt und effizienter arbeitet. Dein Körper kann Nährstoffe besser aufnehmen und gleichzeitig werden Giftstoffe schneller ausgeschieden. Das Ergebnis? Du fühlst dich leichter, energiegeladener und insgesamt wohler. Ein weiterer großer Pluspunkt, der Blutzuckerspiegel stabilisiert sich. Anstatt den Tag über mit Zuckerspitzen und Tälern zu kämpfen, erlebst du eine gleichmäßige Versorgung mit Energie. Dies ist besonders wertvoll für Menschen mit Diabetes oder jene, die ein erhöhtes Risiko haben. Aber auch, wenn du einfach mehr Balance in deinem Alltag suchst, ist dies eine ideale Unterstützung. Dein Immunsystem wird es dir ebenfalls danken. Knoblauch regt die Produktion weißer Blutkörperchen an. Diese kleinen Kämpfer in deinem Körper schützen dich vor Infektionen. Regelmäßiger Konsum von Knoblauch und Honig kann Erkältungen, Grippe und andere typische Krankheiten vorbeugen. Stell dir vor, du gehst durch die kalte Jahreszeit, ohne auch nur einmal krank zu werden. Klingt nach einem Traum? Mit dieser Kombination wird er zur Realität. Und das Beste? Die gesundheitlichen Vorteile enden hier noch lange nicht. Dank seiner entzündungshemmenden Eigenschaften kann Knoblauch auch Schmerzen in Gelenken und Muskeln lindern. Wenn du mit chronischen Entzündungen oder Arthritis zu kämpfen hast, könnte diese Morgenroutine eine echte Erleichterung bringen. Viele berichten von deutlich weniger Beschwerden und einer besseren Beweglichkeit. Auch dein Herz-Kreislauf-System profitiert. Knoblauch hilft, den Blutdruck zu senken und die Cholesterin-Werte zu regulieren. In Verbindung mit den antioxidativen Eigenschaften des Honigs unterstützt diese Mischung die Gesundheit deines Herzens und senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Du fühlst dich nicht nur fitter, sondern schützt auch langfristig deine Gesundheit. Natürlich braucht es ein wenig Geduld, bis du die volle Wirkung spürst. Der Geschmack von Knoblauch mag anfangs eine Herausforderung sein, doch die Ergebnisse sind jede Überwindung wert. Mit der Zeit wird dir auffallen, dass du dich nicht nur wacher und konzentrierter fühlst, sondern auch insgesamt stärker und ausgeglichener. Deine Energie ist nachhaltiger, dein Geist klarer und dein Körper arbeitet effizienter. Wenn du bereit bist, dein Morgenritual zu überdenken und deinem Körper etwas Gutes zu tun, dann probiere es aus. Gib dir ein paar Tage, um dich an die neue Routine zu gewöhnen und lass dich von den positiven Veränderungen überraschen. Vielleicht stellst du bald fest, dass du den Tag nicht mehr mit einer Kaffeetasse beginnst, sondern mit einem kraftvollen, natürlichen Elixier, das Körper und Geist gleichermaßen stärkt. Wäre das nicht ein großartiger Start in den Tag? Knoblauch und Honig. Das klingt vielleicht nach einer abenteuerlichen Geschmackskombination, aber diese Mischung hat es wirklich in sich. Während viele Menschen morgens zu Kaffee oder Energydrinks greifen, um den Tag zu starten, bietet diese einfache, natürliche Alternative viel mehr als nur einen kurzen Energiekick. Sie versorgt deinen Körper mit nachhaltiger Power, unterstützt die Gesundheit auf tiefster Ebene und hilft dir, dich rundum besser zu fühlen. Kurz gesagt, es ist, als würdest du deinem Körper einen High-End-Treibstoff gönnen, anstatt billigen Schnelltanksprit. Knoblauch ist ein wahres Wundermittel, wenn es um Entzündungen geht. Diese kleine Knolle enthält Allicin, einen Stoff, der wie ein Schutzschild gegen stille Entzündungen wirkt, die oft die Ursache vieler chronischer Beschwerden sind. Mit der Zeit spürst du, wie die Beschwerden nachlassen. Schmerzen werden weniger, du bewegst dich leichter und dein Körper fühlt sich insgesamt fitter und elastischer an. Es ist, als ob der Rost in deinem System entfernt wird, damit alles wieder reibungslos läuft. Honig spielt hier die perfekte Ergänzung. Mit seinen antibakteriellen Eigenschaften ist er nicht nur gut für dein Immunsystem, sondern auch ein echter Helfer für deinen Darm. Und wir wissen ja, ein glücklicher Darm ist die Grundlage für einen glücklichen Menschen. Honig sorgt dafür, dass dein Körper Nährstoffe besser aufnehmen und Giftstoffe effizienter loswerden kann. Gleichzeitig gibt er dir eine langanhaltende Energiequelle, die dich ohne Höhen und Tiefen durch den Tag bringt. Anders als der Kaffee, der dich erst aufputscht und dann wieder abstürzen lässt. Die Kombination aus Knoblauch und Honig wirkt sogar auf deinen Hormonhaushalt. Stress? Den kannst du damit auf die Ersatzbank schicken. Knoblauch hilft deinem Körper, das Stresshormon Cortisol in Schach zu halten, während Honig die Serotoninproduktion ankurbelt. Das Ergebnis? Besserer Schlaf, weniger Gereiztheit und morgens ein Gefühl, das als hättest du die Batterie deines Körpers über Nacht komplett aufgeladen. Und das ist erst der Anfang. Dein Herzkreislaufsystem wird es dir danken. Knoblauch fördert die Reinigung der Arterien und verbessert die Durchblutung, während Honig den Cholesterinspiegel ins Gleichgewicht bringt. Weniger schlechtes LDL-Cholesterin, mehr gutes HDL-Cholesterin. Das ist wie ein Upgrade für dein Herz, das es vor Herzinfarkten und Schlaganfällen schützt. Mit jedem Tag wirst du spüren, wie dein Herz kräftiger arbeitet und dein Blut leichter fließt. Es ist, als ob du deinem Körper eine Generalüberholung spendierst. Aber halt, es kommt noch besser. Knoblauch kurbelt die Produktion von Glutation an. Das ist so etwas wie der Batman deiner Zellen. Ein extrem starkes Antioxidant, das sie vor Angriffen durch freie Radikale schützt. Diese Moleküle sind die Bösewichte, die für Alterung und viele chronische Krankheiten verantwortlich sind. Honig unterstützt diesen Effekt, indem er deinen Körper mit nützlichen Enzymen und Mineralstoffen versorgt. Zusammen sind die beiden eine Art Superhelden-Team für deine Zellgesundheit. Das Beste an der ganzen Sache? Es ist einfach und kostet dich kaum etwas. Knoblauch und Honig findest du in jedem Supermarkt und die Zubereitung dauert vielleicht zwei Minuten. Ein Löffel dieser Mischung morgens auf leeren Magen und du bist bereit, den Tag zu erobern. Kein Schnickschnack, keine teuren Pillen, nur pure, natürliche Power. Viele Menschen berichten, dass sie sich nach ein paar Wochen wie ausgewechselt fühlen. Ihr Energielevel bleibt konstant, ihre Stimmung ist besser und selbst der gefürchtete Nachmittagstiefpunkt gehört der Vergangenheit an. Deine Zellen regenerieren sich, dein Darm arbeitet effizienter und dein Immunsystem wird stärker. Mit jedem Tag wirst du vitaler und die kleinen Beschwerden, die dich früher geplagt haben, lösen sich nach und nach in Luft auf. Und ja, es ist okay, skeptisch zu sein. Schließlich klingt das alles fast zu gut, um wahr zu sein. Aber denk mal darüber nach. Warum sollte die Natur uns nicht die besten Lösungen bieten? Die Lebensmittelindustrie will natürlich, dass du weiter auf schnelle künstliche Stimulantien setzt, die dich abhängig machen. Aber jetzt, wo du dieses kleine Geheimnis kennst, liegt die Macht in deinen Händen. Du kannst die Kontrolle über deine Gesundheit übernehmen, eben ohne dabei auf eine Werbemaschinerie reinzufallen, die nur an deinem Geld interessiert ist. Also, worauf wartest du noch? Fang an, deinen Tag mit Knoblauch und Honig zu beginnen. Es mag anfangs ungewohnt sein, aber wenn du erstmal die Ergebnisse siehst, wirst du diese neue Routine nicht mehr missen wollen. Dein Körper wird es dir danken. Mit weniger Entzündungen, mehr Energie und einem Gefühl, das du schon lange nicht mehr hattest. Echte, natürliche Vitalität. Stell dir vor, dein Körper wäre wie ein präzises Meisterwerk. Ein hochkomplexes System, das unermüdlich für dich arbeitet. Es gibt dir Energie, schützt dich und passt sich an alles an, was du ihm zumutest. Aber selbst das genialste System braucht hin und wieder Wartung, damit es nicht ins Stocken gerät. Was wäre, wenn du etwas Einfaches tun könntest, um dein inneres Kraftwerk auf Hochtouren zu bringen? Hier kommen zwei unterschätzte Helden ins Spiel. Knoblauch und Honig. Sie sind wie die Superhelden der Natur, ausgestattet mit Kräften, die oft im Alltag übersehen werden. Kennst du dieses Gefühl, wenn der Kopf sich anfühlt, als wäre er in Watte gepackt und die Gedanken einfach nicht in Schwung kommen wollen? Dieses lähmende mentale Chaos ist zermürbend. Doch genau hier kann Knoblauch ansetzen. Seine schwefelhaltigen Verbindungen sorgen dafür, dass die Durchblutung des Gehirns verbessert wird, was deinen grauen Zellen den dringend benötigten Frischekick gibt. Kombiniert mit Honig, der nicht nur süß, sondern auch eine schnelle und stabile Energiequelle ist, wirkt diese Kombination wie ein Starthilfekabel für deinen Geist. Plötzlich fühlst du dich wacher, konzentrierter, als hättest du die Nebelmaschine in deinem Kopf ausgeschaltet. Die Vorteile hören hier nicht auf. Tag für Tag muss dein Körper Schadstoffe loswerden, sei es von außen durch Umweltbelastungen oder von innen durch Stress und schlechte Ernährung. Deine Leber spielt dabei die Hauptrolle. Knoblauch liefert ihr dabei eine Art Turbomodus. Allicin, eine seiner Schlüsselsubstanzen, hilft der Leber, Gifte schneller zu verarbeiten und abzubauen. Parallel wirkt Honig wie ein Sanitäter, indem er entzündungshemmend und regenerierend wirkt. Zusammen bilden sie ein unschlagbares Team, das dir das Gefühl gibt, leichter und vitaler zu sein. So, als hätte dein Körper einen kleinen Frühjahrsputz hinter sich. Und jetzt mal ehrlich, wer möchte nicht strahlende Haut haben, die aussieht, als käme sie frisch aus einer Beauty-Kampagne? Knoblauch hat tatsächlich das Zeug dazu. Dank seiner antioxidativen Eigenschaften bekämpft er die kleinen, fiesen, freien Radikale, die unsere Haut älter aussehen lassen, als sie es verdient hat. Honig sorgt dabei für die Feuchtigkeitszufuhr. Quasi eine Naturcreme, die von innen wirkt. Während andere Unmengen für Anti-Aging-Produkte ausgeben, kannst du mit einem einfachen Löffel Honig und ein paar Knoblauchzehen ein natürliches Strahlen zurückgewinnen, ohne deinen Geldbeut zu belasten. Natürlich dürfen wir den Herzschlag unseres Lebens nicht vergessen. Unser Herz. Herzkreislauferkrankungen sind eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, oft weil sie sich langsam und heimlich entwickeln. Knoblauch ist hier ein stiller Beschützer. Er erweitert die Blutgefäße, sorgt für einen besseren Blutfluss und kann sogar den Blutdruck senken. Und Honig? Er balanciert das Cholesterin aus, indem er das gute HDL stärkt und das schlechte LDL reduziert. Diese Kombination ist wie ein Schutzschild für dein Herz. Ohne Nebenwirkungen. Ohne Chemie. Einfach natürlich. Vielleicht denkst du, das klingt alles ein bisschen zu perfekt. Fast wie ein Märchen. Aber die Wissenschaft bestätigt, Knoblauch und Honig haben wirklich erstaunliche Eigenschaften. Sie sind keine Wunderwaffe, sondern praktische Alltagshelden, die jeder nutzen kann. Und das Beste daran? Sie sind überall verfügbar, kosten wenig und lassen sich problemlos in deine Routine einbauen. Du brauchst keine aufwendigen Rezepte, keine exotischen Zutaten. Ein Löffel Honig mit ein bisschen Knoblauch. Und du bist dabei. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wann hast du das letzte Mal darüber nachgedacht, wie du in 20 oder 30 Jahren leben möchtest? Wahrscheinlich selten, denn wir sind oft so sehr auf das Hier und Jetzt fixiert, dass die Zukunft wie eine ferne Galaxie erscheint. Aber die Wahrheit ist, dass die kleinen Entscheidungen, die du heute triffst, darüber entscheiden, wie du später leben wirst. Mit Knoblauch und Honig legst du das Fundament für ein Leben voller Energie und Gesundheit. Stell dir vor, du bist 80 Jahre alt, voller Tatendrang, reist, lachst und genießt dein Leben, während andere sich mit Rezepten und Arztterminen herumschlagen. Natürlich ist es nicht immer leicht, Gewohnheiten zu ändern. Vielleicht schreckt dich der Gedanke ab, deinen morgendlichen Kaffee gegen Knoblauch und Honig zu tauschen. Aber Veränderung fängt immer mit einem ersten Schritt an. Und der muss nicht perfekt sein. Probier es einfach mal aus. Nimm dir eine Woche Zeit, teste es. Was hast du zu verlieren? Wenn es dir nicht gefällt, gehst du zurück zu deinem Kaffee. Aber wenn es funktioniert, gewinnst du vielleicht mehr Lebensqualität, als du jemals für möglich gehalten hättest. Das Beste daran, deine Veränderung bleibt nicht unbemerkt. Deine Familie, deine Freunde, sie werden die neue Energie in dir sehen. Und vielleicht bist du derjenige, der sie inspiriert, ebenfalls gesünder zu leben. Stell dir vor, du bist der Funke, der eine ganze Kette von positiven Veränderungen auslöst. Plötzlich geht es nicht mehr nur um dich, sondern um etwas Größeres. Eine Bewegung hin zu mehr Wohlbefinden und Lebensfreude. Knoblauch und Honig sind mehr als nur Zutaten in der Küche. Sie sind wie kleine Schlüssel zu einem Leben, das nicht nur länger dauert, sondern auch besser wird. Und das Beste daran? Du kannst sofort loslegen.